Technologie sollte zuverlässig sein, immer verfügbar und immer im Einsatz, damit Sie sich immer darauf verlassen können. Technologie sollte standardisiert sein, damit die Planung genauso einfach ist wie Installation und Betrieb, weil einfach alles zusammenpasst. Technologie sollte effizient sein und das nicht nur beim Energieverbrauch, sondern auch im Betrieb. Weil sich Effizienz auszahlt. Technologie sollte einfach sein. Ein Hersteller, ein Partner, ein gemeinsames Ziel. Technologie sollte von Danfoss sein.